hallo da sind wir bei let's play minecraft to getter mit dem klar so und wir sind hier halt da war die interesse die war richtig geil nein nein die war so premium bitte was sagt sehr schweres gesicht ja ich habe auch hier meins mit smite 4 und knockback 2 also du kannst dich ruhig an mich anschleichen aber ich hau dich erst mal wieder viel mehr weg meins hat am hypercard 3 schärfe 5 rückstoff 2 verbrennung 2 pinderung 3 stecke 5 schlag 2 flamme 1 das einzige was wir raus machen ist erstmal der clean stone oder nein hörst du auf davon lass das du siehst mich nicht du siehst mich nicht wo bin ich denn du setzt das ist ja erstmal den clean stone wieder da rein wo der war seit vor dass ich clean stone mitgenommen hab ne komm das sieht auch so ein bisschen so lückenmäßig aus der weg von der vorne ist soll hier so baust du ja sollst du auch ich will ja kein ich will keine stadtruine bauen ich will hier eine funktionierende stadt es soll hier übergehen von gravel in clean stone und sandstone und von mir aus nur clean stone ja von mir aus auch ich hab die kiste drin küsst du musst das geräusch machen wie bei the crutch unser marktplatz muss schöner werden frede die wale findet nemo ahja bohle 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 habe ich verstanden ja auch schwer so geile schottische musik mit so einer coolen whistle und klavier blow my whistle baby whistle baby let me know ja ist überhaupt nicht pervers das lied wieso er sagte nur dass sie auf der flöte pfeifen so ja klar ja klar ist überhaupt nicht zweideutig last remix blow my whistle baby let me know das haben sie auch bei bayern dreimal gebracht aber mehrmals bayern vier äh drei radio gamble gamble and gamble ohja bald auf welle 105 mhm mhm schalten sie ein wenn es wieder heißt er hört bestimmt mit ihm nicht was lass ihn er macht nur seine arbeit mhm mhm wer sich kennt family guy gamble and gamble anschauen mhm warte mal was wolltest du mit der hand tache ich wollte nur euer geld mhm 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 ok den 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 dem den den zu including ganz den das ist der das ist das ist der nach Du, die Dose ist schon links offen. Okay, jetzt bin ich dran! Und dann wurde so ne fette Äxt raus. Wer weiß, wer weiß. Nein, ich hab falsch passiert. Du hast nichts gesehen. Wir könnten doch auch in der Mitte von so nem Marktplatz, äh, den... ähm, Tempel hier platzieren, wo es mir... Jaaaa! Jaaaa! Da brauchen wir jetzt wieder n Wither, äh, Skelett. Einen Schädel noch, einen fucking... Ich hätt aber gern noch einen für mich so, als Maske. Ey, Zorro! Boah, nee, du. Die sind voll geil, die Masken! Ja schon, aber die... Die Klippen muss es halten. Und dann wirst ihr altwürdig gehalten. Nur zwei zum Spaß. Wieso? Okay, irgendwann treffen wir wahrscheinlich wieder auf schwarze Skelette. Und dann, dann, dann gibts aufs Maul. So, ich hab keine Cleanstowns mehr. Ich geb mal welche Brennen oben, wir haben ja genug Kohle. So simp. Ja, ja, ja. Du, 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 du. Unser Server wird von uns geformt, genormt. Und, was haben sie noch? Behornt. Gehornt? Gehornt? Was? Ja. Böses Juju. Also, Cleanstown haben wir eigentlich mehr als genug. Ich hol mal ein paar Stecks mit runter. So, ich bin voll. Wie geht es hier über? Ich will hier nichts wissen. Sollen wir erstmal einen Bereich abstecken? Sollen wir es rechteckig machen? Oder eher ein bisschen Muster rein? Oder, nee, was denn? Ich würd's eher so lassen. Ähm, das sieht so aus, wie wenn ich so einen Weg weggehen würde. Das hier, und dann könnten wir hier unseren Stall hinbauen. Ja. Hier unseren Stall. Und hier nach allem... Aber die Fläche hier links will ich nicht ungenutzt lassen. Ich würd hier gern so einen Halbkreis aus Gebäuden. Hm. 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 Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ist der Dirt-Up dabei? Ähm, nein. Leg mal ein bisschen hier Cleanstown rein. Low Forest, lauf. Ach, meine Schaufel wird mir fehlen. Achso, okay, ich soll Gras bringen. Okay, gut. Nein! Warte, ich hab hier noch eine für dich. Die ist aber auch gleich weg. Ach, meine schöne Schaufel. Die ist aber auch gleich weg. Geht aber genauso schnell. Hast du hier keinen Hypercar drauf? Nee, leider nicht. Hm, ja. Ich hab da vorhin schon gesagt, dass meine ganzen verzauberten Sachen immer scheiße sind. Ich bin ein Extra-Taxaner. Oh, haudi. Original... Direkt. Warum steck ich hier? Du musst reisen mit ein Extra-Taxaner, Junge. Und wenn du reisen mit ein Extra-Taxaner aus Sexus, dann denk doch jeder, dass du einen wehrst. Ah, ich hab eine Farm, die hat nur 200 Hektar. 40.000 Rinder, Junge. Wir sind ein Kleinbetrieb. So. Ja. Also ich muss schon sagen, meine Schaufel ging wie schneller. Cheater. Ja, die Cheater-Schaufel. V2. Ich hab kein Essen mehr. Warte. Komm her. Nice. Warte. Ich hab nur Brot dabei. Brot. Das. Schwein. Schwein. Oh, brauche ich Proteine, Junge. Was? Warte, warte. Guck mal. Mach mal Sandwiches. Nee. Sandwich? Sandwich. Ja, ähm. Kalten Braten, ne? Kalten Braten? Ne, kalt ist ja nicht so. Oh, das schmeckt doch geil. Einen kalten Braten. Noch nie gegessen, oder was? Ne, ich ess ihn lieber warm und frisch. Aber ich kann man kalt auch essen. Ja, schon klar. Außer das seit Tage halt. Oh, guck mal, kann der Braten. Und läuft schon weg, Will. Hallöden. Das geht gut. Den wachsen an Tentakeln. Und falls jemand von euch so, 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 japanische Filme kennt. So, weißt du, die Erde haben, die Schaufel zu vernichten? Vergewaltigt vom Schweinebraten, was? Oh. Haben wir irgendein Skelett hier? Der kommt mit dem Creeper angeschwommen. Ja, ne. Doch, da links ist ein Skelett. Hier. Aber es geht dann auf mich. Du musst es anlocken. Ne, ne. Hol es nur. Seit dem Ausschlangen, oder? Na, du Creeper? Magst du mich? Hui. Wie ich den schlagen kann. Und der checkt es nicht. Ne, hol mal ein Skelett hier. Ja, hol ich ja. Dahinten ist es. Es kommt aber nicht hoch. Komm doch endlich mal. Es kommt nicht hoch. Ja, der Creeper kann mir am Arsch rüber gehen. Au. Jetzt, 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 jetzt. Schieß. Nein, trifft nicht. Nein. Du musst einmal im Kreis rennen. Einmal im Kreis rennen. Hinter mir. Vor mir durch. So, jetzt. Jetzt schieß es auf dich. Das Skelett schießt auf dich. Pass auf den Creeper auf. Renn. Renn. Ich bin so geschossen worden von dem scheiß Skelett. Haben wir irgendwo nen Creeper noch? Nein, da haben wir nicht. Geist total. Wir sterben. Enderman. Noch nen Creeper, noch nen Creeper. Wollte mal nen Enderman hier. Der kommt bei mir irgendwie nicht. Warte, 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 warte. Nicht mit nem Feuerschwert, Alter. Hast du nix dazugelernt? Hast du doch. Ja, aber der haut dann ab. So kann er nicht abhauen. Gib mal nen letzten Schlag. Ah, enderman. Enderman hat mich gemacht nen letzten Schlag. Oh, schau, jetzt haben wir's da vorne an. Hallo, Freunde, One-Shot. Nein, nicht One-Shot. One-Shot, Baby. Ich bin fast Level 25. Jetzt. Und du, 30 schon? Ach du, nee, 20. Drüben sind ganz viele Skelette und nen Creeper. Machen wir jetzt hier noch Terraforming oder mach mal? Ganz kurz Schaltplatten sammeln. Ja, kannst du machen. Ich mach Terraforming. Loll. Geht vorher was Essens wollen. Wegen aller Grong. Alter! Oh, hilft mir. Guck mal was alles kommt. Uh. Komm, schieß mal hier unten. Nicht auf den... No, auf der einzigen ist ein Creeper. Er ist auf den Creeper. Alter, sind jetzt viele Skelette. Au. Jetzt hab ich dich gehauen, sorry. Da unten. Die... Die lass drin. Die lass drin. Ja, trifft mich im Flug, ey. Du dreckst dich. Ich wollte hier nur in Ruhe bauen und jetzt gehst du hier los mit Monster und... Keine Ahnung was. Der macht doch nix. Die bringen sich nicht direkt gegenseitig um. Ach, danke. Das Zombie schießt auf den Creeper und das... Und das Skelett... Nee, Zombie. Das Skelett schießt auf den Creeper und das andere Skelett schießt auf das andere Skelett. Na komm! Weit! Ah, ihr seid unwürdig und ich schon. Oh fuck. Schubsen das Skelett runter. Schubsen. Nicht töten. Ja, genau. Und jetzt lass ich schießen. Geht auf mich. Ja, warte. Ich muss es mit der Hand hauen, oder? Lass es mal raus. Ja, du musst weggehen. Jetzt, 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 jetzt. Schieß. 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 Ist das nicht dumm, das Ding? Ja, jetzt sind beide dumm. Erstmal einen alten, frischen Schüttel-Shake. Oh. Enderman. Warte, 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 warte. Fast. Ah. Bärenmarke. Was? Was für ein Dreckskelett, ey. Hat einfach den Creeper hier rausgeholt. Naja, Sandhammer genug. Lass du das Dwingsten stehen. Und ich bin voll. What? Ich mach das hier noch schön, das Loch, damit man überall raus kann. Die fucking aimbotter. Die gehen mir auf die Nerven. Auf die Säcke. Alle fünf, die du hast. Na komm. Ist das da wer? Oh, da kommt der schon mit dem Creepern. No. 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 Oh, noch mehr Creeper. Brenn dich zu Tode, Creeper. Oh. One shot, one kill. Blablabla. Ey, meine XP hier. Ey, was liegt gerade jetzt drum? Ich bin voll. Musst du alles aufsammeln. Ich sammle es nichts mehr auf, ich geh jetzt wieder rüber und bau. Ich baue. Weil ich es kann. Mann, oh Mann. Regnet. Der Kuläss geht dran. Halt doch mal die Fröste. Oh ja. Und scheiß auf Schallplatten, wir haben sowieso schon fast alle. Ja, das ist eben fast alle. Mates. Ich klebse, grad nur, uh, glöööööööö. Ich klabze hier gerade nur gleich schon Käblos des Gras, äh, hier rein. Ich hab dein. Das machst du sehr gut. Ja, ja, und das machst du nichts. Ich hab das Zeug abgelehnt. Und geh mal dort und hilf mir. Dann geh mir da dort. Ich hab' kein Dörth, ich habe nur das hier. Schau mal hinter dich. Oh nein, wir schenkel hier陳. b hoh 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 mein piano hoh 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 aber ich bin nicht bis ganz vor zu küsse oder doch weißt du Wir haben ja von den Grasblöcken noch, nicht mehr viele, wieso? Hast du denn die Schaufel sicktouch? Ja. Dann hol ich mal von irgendwo her kurz noch Grasblöcke. Okay. Oh ja, wir machen das Land hier fruchtbar. Oh, yeah. Ich hol's nochmal in Dirt, okay. Hier nicht. Dirt ist hier irgendwo. Da ist Dirt. Ich hol schon. So. Mmmh, hmm, hmm, hmm. Lladalii, laladadam, laladadu. Laladadu. Ist in der Kiste, der Dirt. Oh, die sind schon voll? Was machst du du? Ach, was du nicht sagst. Was du nicht sagst? So, wenn ich Level 30 bin, mache ich uns eine Gemeinschaftsschaufel. Die wird aber dann gleich weg sein, wenn wir die zusammen benutzen. Egal. Und dann ist es kaputt. Ähm, ich habe wieder ganz viele Grasblöcke, was cool, gemacht, produziert. Jaja, wie, Grasblöcke? Grasblöcke. Okay. Ich freue mich. Ich freue mich. Theoretisch können wir hier so einen Kreis reinmachen. Hier ist 6. Ein Kreis aus was? Ja, hier denn, den Platz, das hier ungefähr die Mitte ist. Fuck, jetzt habe ich das aus dem geworden. Was hier die Mitte ist. Hier muss übrigens noch der ganze verfickte Sand raus. Juh, ich habe keine Schaufel mehr. Ja, nehm die, ich habe Eisenschaufeln. Erstmal den ganzen Sonnen ablegen, Sandstein. Ding, ganz so kack hier. Du. Geh, ich pflanze an und du haust dir raus. Was, was, pflanzt du an? Pflanzt du an. Achso, also. Oh, das ist halt noch warten. Ich bin da relativ langsam mit dem Ding und meine Schaufel ist recht kaputt, warte. Habe ich noch eine? Ich habe noch eine dabei. Schaufel Nummer 2. Ne, ich würde hier nicht überall Dörtschen reinhauen. Lass mal, hier kommt sowieso irgendwo noch Stone rein. Wir wissen noch nicht wo. Blauen, hauen, schauen, bauen. Versauen. Ne. Umschauen. Ähm, Crafting-Tablet. Erstmal schaufeln, ne? Juh, 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 juh. Geh mit dem Brot, neigt sich zu Ende. Du hast mir vorhin noch so viel gegeben. Oder nicht? Wie viel denn? Ich habe 16, es ist jetzt wie in einer Kiste drin. Oh. Was ich gebraucht habe. Du hast dir das abgelehnt. Oh, mein Brot. Mit eigenen Händen hergestellt. Hallo? Hallo. Was denn? Hallo. What are you trying to say to me? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Alter, ist das langsam. Wir brauchen eine neue Schaufel. Unbedingt. So geht's auch. 40. Das sind genau 40 Blöcke hier. Ja, und? Sprich, hier ist die Mitte. Ja, und? Und jetzt will ich so einen Bogen, einen Kreis, Marktplatz bauen. Hier. Ist ja schon fast. Ja, und? Ähm, wir sind bei 19 Minuten, das und. So, und wie es hier weitergeht, das seht ihr leider jetzt in der nächsten Folge, wenn es wieder einmal heißt, Let's Play Minecraft Together mit dem Stümper Klaas. Hey. Und mir dem geilen Hängerboy. Ciao, Leute. Ja, der fickst dazu, Hängerboy. Aber ich. Oh. 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 Oh.